Die ganze Welt dreht sich um dich, weil du sie liebst und nie vergisst, wie groß und schön das Leben ist. Das siehst du nur als Optimus. Hey ihr Guten, ich bin's Alexa Feser. Wir befinden uns hier beim Videodreh auf meinem Set für den Dreh zu Optimist. Ich nehme euch heute ein bisschen mit. Wir befinden uns nämlich im Studio of Wonders in Berlin. Und was dieses Studio alles so zu bieten hat, das seht ihr jetzt in den nächsten Szenen. Ihr müsst euch nicht berühren. Wie ihr es selber wahrscheinlich von euch auch kennt, man selber hadert immer so sehr mit seinen eigenen Dämonen, mit seinen eigenen Unsicherheiten. Und da sitzt eine Person auf der einen Schulter, die andere auf der anderen Schulter und beide wollen irgendwie befriedigt werden. Und genau das passiert ja auch mit dem Video. Da gibt es die eine Person, die denkt, dass sie das alles schafft und an sich selbst glaubt. Und dann gibt es die andere Person, die das ziemlich kalt lässt und ich bin jetzt die eiskalt. Die ganze Welt dreht sich um dich, weil du sie liebst und nie vergisst. Wie groß und schön das Leben ist. Das siehst du nur als Optimus. Ein Optimus, ein Optimus. Ein Optimus, ein Optimus. Ein Optimus. Wir haben komplett durchgeackert. Ich habe vor allem Körpereinsatz gezeigt und habe mir meine wunderschöne Hose ruiniert, die ich sehr, sehr liebe. Aber das macht man nicht alles für Dreh. Ja, ich bin jetzt fix und fertig. Das Make-up spricht zwar in einer anderen Sprache, aber ich gehe jetzt gleich schön lang pennen bis in die Nachmittagsstunden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin auf euer Feedback unfassbar gespannt. Ja, zieht es euch rein und wir sehen uns ganz bald. Die ganze Welt dreht sich um dich, weil du sie liebst und nie vergisst. Wie groß und schön das Leben ist. Das siehst du nur als Optimus. Ein Optimus, ein Optimus.